Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Türchen Nummer 21, also wir sind schon kurz vorm großen Finale und eure Lieblings-Kombo von Chris. Hallo Chris. Hallo. Hallo und mir, dem Kai. Er hat sich nochmal zusammengefunden und wir sprechen heute über Öko-Daniel Bryan und warum die WWE daraus mehr hätte machen müssen. Und meine Frage ist erstmal, wie stehst du zu dem Gimmick oder wie standest du zu dem Gimmick, gerade unter dem Aspekt, dass ja ein Daniel Bryan eigentlich das natürlichste Face ist? Ich finde das Gimmick fantastisch, auch gerade für Daniel Bryan. Also ja, natürliches Face hin und her, aber das mit dem Yes-Movement, wo ja immer noch dieser Daniel Bryan-Charakter drauf basierte, das war halt schon ein bisschen ausgelutscht. Und ich glaube, in der Zeit sind auch einige Fans dazugekommen, die das überhaupt nicht kannten und sich dachten, was will dieser Typ mit dem dichten Bart da eigentlich von mir? Dann sagt er immer ja. Ja, genau. Es war Zeit, da mal was zu ändern und da haben sie eigentlich einen schönen Beruch gemacht, der aber auch sehr natürlich für Bryan ist, denn wenn man ihn so ein bisschen kennt oder vielleicht auch schon mal mit ihm gesprochen hat, früher, wo er noch in den Indies in Deutschland unterwegs war, der war ja schon immer sehr fannah. Ja, er ist halt auch ein Öko. Er ist ein super lieber Öko, der drängt einem da nichts auf oder so, aber wenn du dich mit dem unterhältst, der erzählt dir dann halt auch, wie wichtig er es findet, dass man mal einen Baum pflanzt oder dass er halt immer hier diese Mehrwegwasserbehälter nutzt und sowas. Das erzählt er dir halt einfach, wenn du mit dem rumquatscht. Also, das liegt ihm sehr am Herzen. Und von daher war das eigentlich ganz cool und vor allem, weil es sich ja auch so ein bisschen beißt, denn du hast ja, und das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen, ja, du hast ja so einen gewissen Öko-Hype mittlerweile auch in der Gesellschaft. Der Klimaschutz ist in aller Munde, Fridays for Future ist überall in den Nachrichten. Und dann hast du halt eben jemanden, der dafür eintritt, aber auch keiner von den Guten ist. Und das ist eigentlich einfach ein interessanter Ansatz, ja, denn er möchte ja was Gutes bezwecken, führt sich aber auch wie ein Arsch. Und von daher fand ich das Gaming richtig cool und das hat Brian auch einfach geil umgesetzt mit den Promos. Weil es ja auch natürlich war, ne? Ja, absolut. Einfach seine eigene Art quasi aufs Hundertfache aufdrehen. Ja. Und dabei dieses, ähm, dieses schöne, ich bin so und deswegen bin ich besser als ihr. Und das war ja auch also ... Absolut. Und vor allem, was er halt sehr gut kann, und das liegt halt einfach an dem Menschen, Daniel Bryan, er nimmt sich selbst nicht so wichtig. Er kann sich auch über seine eigenen Ansichten kann er sich lustig machen. Und im Grunde genommen ist er ja einfach nur ein absolutes Klischee von dem Super-Öko, der allen anderen seinen Lebensstil aufdrängen möchte. Also quasi Austin Aries auf Twitter. Oder auf Instagram, wo auch immer. So kann man's auch sagen, ja. Nee, aber es ist halt so schön, wenn du ihn im Ring siehst und er lässt seine Promos ab und du siehst ihm an, dass er sich das Lachen verkneifen muss. Weil er gerade einfach so ein Klischee da rauslässt. Das ist wunderschön. Und wenn Bryan Spaß an der Sache hat, dann war das schon immer so, ob in den Indies oder bei der WWE, dann funktioniert das und dann ist das einfach geil. Und genauso war das auch mit Öko Daniel Bryan, weshalb ich's extrem schade fand, dass sie das nicht weiter durchgezogen haben. Der kann sich ja dann auch so geil in Rage reden irgendwie, ne? Also, das ist ja so die Sache, dass er dann ... Also, der schreit dann ja rum, aber du nimmst dann das dann auch irgendwie ab. Das mochte ich auch. Also zum Beispiel, es gab doch diese eine Promo, die dann auch gegen Vince McMahon war, glaube ich, war, wo er so meinte so, ja, hier, ihr so als Baby-Boomer-Generation und sowas, euch ist doch die Umwelt komplett egal, Hauptsache, ihr macht euch die Taschen voll. Und das Witzige dabei fand ich dann immer, jede Aussage bist du so, ja, der hat ja schon recht, aber der wird dann irgendwie auch dafür ausgebucht. Und das ist so ... Ich mochte das. Das war so surreal. Ganz genau, dieser krasse Gegensatz. Er hat recht, aber er ist ein Arsch dabei. Das fand ich auch sehr schön. Und das ist halt auch, warum der das so geil rüberbringen kann einfach, weil in seinem Charakter, den er da spielt, kann er halt das alles so raushauen, was er sich vielleicht auch schon mal gedacht hat einfach. Ja, genau. Und Amerika ist ja sowieso sehr besonders. Wenn du da sagst, wir sollten nicht zu viel auf den Lobbyismus setzen für irgendwelche Autofirmen, die uns eigentlich auch nur verarschen und ihre Arbeiter verarschen, dann kommen sie sofort, oh, das ist Kommunismus. Und das ist da halt immer noch so gesellschaftlich verbreitet. Und das zieht halt für den Heel natürlich besonders dann. Ja. Ich muss auch sagen, dass er halt da ... Also, das war ja auch so ein bisschen Fluch und Segen, weil er war ja dann damit auch, dass er dann so leicht und schön gehasst werden kann, das perfekte Gegenstück zur Kofi-Mania, die wir schon besprochen haben. Richtig. Das hat so schön ineinander gegriffen, war natürlich aber auch irgendwie der Tod dann für Daniel Bryan, weil das natürlich ... Weil du hattest dann eben das Ding, was dann gerade irgendwie gewachsen ist aus dem Nichts und auf einmal so heiß wurde, wo du gesagt hast, okay, darauf müssen wir jetzt setzen. Also, wir können jetzt ... Also, ja, die Daniel Bryan-Geschichte, die ist super wichtig, aber dann wird sich auch die WWE gedacht haben, Kofi-Mania ist gerade größer, deswegen müssen wir das in Anführungsstrichen als Main-Champion erst mal fallen lassen und irgendwie anders weiterführen. Und da wurde es dann doof. Und da hast du auch noch gemerkt, dass dieser Öko, den Bryan-Faktor ja auch irgendwie unter den Tisch gefallen ist. Ja, aber ganz ehrlich, die Fede gegen Kofi-Mania, die ist auch irgendwie ein bisschen Meta so, ne? Denn es ist halt dann ... Kofi ist dann einfach nur der gute Laune-Bär, der da rausgekommen ist und Pfannkuchen rumgeworfen hat. Und das war dann halt so der Held für die ganzen Leute, die auch immer in die Facebook-Kommentare schreiben, jetzt bringt nicht Politik in den Sport rein, weil die Meinung passt mir nicht. Ja, das passte schon gut dann in dem Zusammenhang. Und der Fehler, den die WWE gemacht hat, sie hat Öko Daniel Bryan von dem Titel abhängig gemacht. Nach dem Verlust kam halt nichts mehr, aber das hättest du ja immer noch führen können, ja? Äh, dann muss ich halt einfach in Öko Daniel Bryan andere Ziele suchen, die er angreift. Denn da hätt's ja auf jeden Fall was gegeben, ne? Das Neue war dann ja quasi die Tag-Team-Division, aber das war dann auch wieder so ... Also das wirkte für mich dann so als, ja, du bist halt nicht mehr WWE-Champion, dann sei halt Tag-Team-Champion. Ja, und, äh, ja, du hast jetzt viel gerasselt, jetzt geben wir dir mal wieder ein bisschen eine Pause, wir wollen nichts riskieren, deshalb Tag-Team. Dann kann ja, äh, Rowan, dieser Künstler im Ring, dann ein bisschen mehr arbeiten im Seilgefiert. Was halt auch so ein bisschen suboptimal war. Ja, das ist wahr, und, ähm, also, mein Problem ist dabei, dass du dann irgendwie auch dann diese ... Also, das ist dann irgendwie immer weitergeführt worden, auch dieses Daniel Bryan und Eric Rohn, aber das hat dann diese, diese doofe Abbiegung genommen mit, wir versuchen Roman Reigns zu töten. Wortwörtlich. Ja, äh, und sowieso auch diese, diese Trennung dann von Rowan, ne? Ja, das ist auch so dumm. Und dann war, war Harper nicht auch wieder kurz dabei? Ja, so, aber auch für eine Sekunde nur irgendwie. Und das dann irgendwie auch aus diesem Öko-Daniel Bryan irgendwie so ein fanatischer, lüg mich nicht an, Daniel Bryan geworden ist. Ja, ja. Eigentlich hättest du ja ganz ... Ja, du zuerst. Äh, 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 bei Rowan, das ist dann halt auch, den, den wollten sie dann aufbauen, und, aber seit dem Draft hast du von dem nichts mehr gehört, ja? Nee, das wird dann auch wieder fallen gelassen. Ja, ich, ich hatte ja noch in unseren Chat geschrieben, so, oh, wow, Rowan ist einer von den Großen, die da angekündigt werden, äh, im Draft. Wo Olaf noch meinte, ja, das ergibt momentan ja Sinn. Und ich nur geschrieben hab, so, ja, wer weiß, wie lange noch, ne? Denn den lassen sie sowieso wieder fallen. Ja, das war so ein bisschen das Problem dabei, dass du dann irgendwie ... Und es ist halt wirklich so, dass diese Öko-Sache und auch diese Klima-Sache, das, das ist ja halt top aktuell, wie du schon gesagt hast. Also, du hättest hier locker auf dieser Welle weiterreiten können. Und dann ist ja die Frage, ja, aber warum nicht? Und dann, ja, also, wirklich, ich hab's auch irgendwo dann nicht verstanden. Hm, und dann ist es dann nach dem Motto, äh, wir gehen wieder zum Altbewährten zurück und kriegen jetzt wieder den Yes, Daniel Bryan, der aber auch so ein bisschen auf, ich bin ja auch irre, macht. Und, also, das wirkt ja so wie ein bisschen, ja, ich war mal auf dem College und da war ich ja so ein bisschen Öko, das war so meine Phase. Also, und das war jetzt auch irgendwie so, ja, eigentlich bin ich ja der Yes, Daniel Bryan, aber der hatte so seine drei Monate, da, da hat der mal, da hat der mal so einen Veggie-Burger bei McDonald's gegessen und seitdem war da so ein bisschen, ein bisschen alternativ drauf. So wirkt das jetzt irgendwie. Ja, ich bin gespannt, wo das jetzt noch hinführt, also ... Also, ich glaub, bis das nochmal aufgegriffen wird, ne, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Also, das Öko-Gimmick ist durch. Ich bin gespannt, wie sich das so mit Bryan entwickelt. Ihr, unsere Hörer, ihr wisst wahrscheinlich schon mehr, weil, äh, wie letztes Mal schon gesagt, wir nehmen das vor der Series, auch vor dem großen Match gegen den Fiend, der ihn da, äh, provoziert und herausgefordert hat. Ich find das jetzt im Aufbau gar nicht so schlecht, dass dann auch eben ein Sami Zayn so ein bisschen ihn, äh, unterstützen will oder ihn formen will charakterlich und er aber unentschlossen ist. Kann man schon was draus machen, aber es ist halt einfach so super viel verschenktes Potenzial, dass dieses Öko-Gimmick nicht weitergeführt wurde. Vor allem auch, weil der WWE-Titel war noch nie schöner. Ich fand den Holztitel echt cool. Der sah schon echt gut aus. Und, ähm, nee, ich weiß gar nicht, die haben den nicht verbrannt, oder? Die, die haben den einfach nur, einfach nur wieder geändert. Stimmt, ja, das fand ich schade, weil, also, der Titel hatte halt so krasses Potenzial, verbrannt zu werden, da der halt auch so aus Holz und so gemacht war. Ja, ja, vor allem, ähm, die, die, äh, die Straps waren doch auch aus Hanf oder was, hat er immer gesagt, ne? Ja, ja, genau. Da hätte man selbst einen Comedy-Angle ausmachen können. Ja, jetzt einfach mal so einen Matt Riddle auspacken oder sowas, weißt du, der dann auch so, einfach mal so den Gürtel wegzieht. Also, komm, holst du noch einen RFID zurück oder einen Jack Swagger und dann sagst du, komm, die drei teilen sich einfach mal den Gürtel oder sowas. Das wäre auch super dumm gewesen, aber wenigstens hätten sie irgendwas gemacht damit, ne? Ja, also, das, ähm, weil ich, ich mochte das, also, ich bin halt großer Fan davon, wie es halt auch damals bei Punk war, wenn dann so, sich Leute einfach so krass über die Fans stellen und eben, aber sich das, aber das Ding dann über ihre Persönlichkeit machen. Das ist nicht so, ja, ich hab King of the Ring gewonnen oder ich bin einfach cooler als ihr, sondern sag ich so, ja, ich hab diese Eigenschaft irgendwie, also bei Punk, ich trinke keinen Alkohol oder irgendwie bei Punk, ich bin halt irgendwie, äh, Veganer oder ich achte auf die Umwelt, deswegen bin ich besser als ihr und ihr seid alle kacke. Das mag ich, dieses, diese, wenn sich dann so hielt, so ganz krass erhaben fühlen, aufgrund ihres Lebensstils und auch ein Brian, bei, bei dem es dann eben natürlich auch der Wahrheit entspricht, dass er so lebt, das ist dann auch so natürlich und, ähm, also, ja, so ein Autis müssen wir jetzt nicht erzählen, dass er Veganer ist, aber, so beim Brian auch mit dem... Obwohl ich glaub, Autis könnte eine super Promo darüber halten, wie er vegan lebt. Das wär eigentlich wieder die Fede gewesen, ne, einfach dieses, äh, Steaks and Weights dann gegen Daniel Bryan. Wir sollen einfach nur ihre Lebensstile vergleichen. Und so, Daniel, Daniel Bryan hält so Promos, wo er irgendwie durch so ein, so ein Blumenfeld läuft und Autis einfach aus so einem Steakhouse oder sowas. Also, das wär, und lässt da sein Titel liegen. Warum nicht, äh, ein, und wenn das eine Fede für zwei, drei Wochen ist, Maja? Ja, aber daraus kannst du was machen. Deswegen, also, es ist schade. Es gibt so leichte Aufhänger, es war doch schon oft bei WWE, da ist auch so nichts. Oder irgendeinem Furz ist eine Fede entstanden, weil irgendjemand was auf Twitter gepostet hat oder so. Dann nimm, was weiß ich, ein, keine Ahnung, ein Orton oder was, der da irgendein privates Bild aus dem Steakhouse auf Instagram stellt. Und, und Bryan greift das auf, ja? Von mir aus. Hauptsache, das wird halt irgendwie cool umgesetzt dann. Und das kann ein Bryan ja. Ja, also, mein Problem war wirklich damit, dass es eigentlich nur für gefühlt zwei Monate geschrieben oder gehalten wurde. Und auf einmal wurde es wieder irgendwie, wie gesagt, dann gab es dann irgendwie diese dumme Roman Reigns Sache, wo dann auch das Öko-Dinge wieder weggefallen ist. Also, du hattest ja diesen Öko-Brian eigentlich nur für, wirklich für, mit dem Rumble, so sagen wir mal, drei Monate, dreieinhalb, vier Monate und das war's dann. Und da ist einfach mehr Potenzial drin gewesen, als es wirklich genutzt wurde. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, eben. Gerade wenn überall in den Nachrichten halt über Fridays for Future und Co. berichtet wird. Ja. Das kannst du so gut durchziehen, ja? Dann schick doch einfach ein Bryan für ein Segment auf so eine Demo oder sowas, ja? Oder lad einfach mal die Greta ein. Ne, also, das wäre wirklich, das hätte ich irgendwie cool gefunden, wie auch mal so ein Bryan so schreiend bei so einer Demo mitrennt oder, ach ja, weiß nicht. Also, ich hätte so was gemocht. Einfach mehr davon jetzt. Also, ich sag mal so, er ist ja trotzdem im Main-Event-Picture irgendwie drin, weil es natürlich auch immer noch Daniel Bryan ist, aber ich hätte gern irgendwie mehr davon gesehen, weil ich das mag. Und ich glaube auch, dass ein Bryan das Spaß gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss man auch dazu sagen, du sagtest ja, er war nur ungefähr drei Monate öko Daniel Bryan und der Title Run da durch Kofi beendet, weil Kofi Manny auf einmal größer war. Ich glaube allerdings, egal, ob er einen anderen Gegner gehabt hätte, der Title Run wäre eh nur bis WrestleMania gegangen, weil sie, glaube ich, Bryan keine langen Titelregentschaften mehr zumuten. Weil eben der Champ halt auch in den Hausshows und so andauernd vertreten sein muss, wenn er nicht gerade Brock Lesnar ist. Und da halt ein enorm hoher Workload ist. Und da gehen sie, glaube ich, bei Bryan seit seiner Rückkehr kein Risiko mehr ein. Was auch eigentlich sehr gut ist. Absolut. Von daher, wir wollen Bryan noch lange haben. Von daher, sollen sie noch einfach dann taggen lassen mit Austin Aries. Boah, nee. Den braucht nur wirklich keiner mehr. Nee, das ist wahr. Der ist halt so ein richtiger Arsch. Ja, also das ist dann, wo du sagst, ja, jetzt ist es auch einfach krass unsympathisch. Ja. Wohingegen du sagst, ein Bryan, ach, der ist ein guter Typ, so, der erzählt das, der lebt da seinen Lifestyle und der andere, das ist der, der geht dann in diesen Preacher-Modus. Ja, Bryan ist halt keiner, der es einem aufdrängt, also im Real Life jetzt. Und ich sag jetzt einfach mal so, wir haben jetzt viel gemotzt, dass WWE da ja das Potenzial nicht genutzt hat und viel auf der Strecke geblieben ist. Aber diese drei Monate Öko Daniel Bryan waren wunderschön und ich bin froh, sie miterlebt zu haben. Das ist wahr. Da bin ich dabei. Und ich finde das auch ein gutes Schlusswort. Ich denke auch. Und so kurz vor Weihnachten, da darf man ja ruhig mal ein bisschen harmonischer den Podcast beenden. Genau. Ganz harmonisch mit Liebe für Öko Bryan. Dementsprechend, ja, auf euch erwarten jetzt noch drei weitere Türchen in den nächsten Tagen. Viel Spaß damit. Danke, Chris, dass du dabei warst. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.